Moin! Willkommen in Wien, an der rechten Wien-Zeile. Es ist ganz deutlich zu hören, hier muss eine Bahn in der Nähe sein. Das Geräusch entsteht, wenn die Züge der U-Bahn über diese doppelte Gleisverbindung fahren. Die U-Bahn U4 führt hier neben dem Tal des Flusses Wien entlang. Die Wien wurde in den 1890er Jahren kanalisiert. Eigentlich ist sie ein recht kleines Flüsschen. Nach der Schneeschmelze können hier allerdings erhebliche Wassermengen entlang fließen. Darum wurde so ein riesiger Kanal gebaut. Sollte Gleisbrot Sollte Gleisbrot Im Jahr 2022 waren hier überwiegend U-Bahn-Triebwagen der Baureihe V im Einsatz. Hier sehen wir einen Zug bei der Ausfahrt aus der Haltestelle Pilgramgasse. Der zweite, gerade eingefahrene Zug gehört einer der älteren U-Baureihen an. 2022 gab es hier eine große Baustelle. Denn die U-Bahnlinie U2 wird verlängert und soll hier die U4 kreuzen. Weiter westlich liegt die Haltestelle Margaretengürtel. Auch sie hat zwei Aussenbahnsteige. Links liegt wieder der Kanal der Wien. Die Zugangsgebäude stammen von der Wiener Stadtbahn. Der Vorgängerin der heutigen U-Bahn. Oben kann man zur Straßenbahn umsteigen. Wenn wir uns nach Westen umdrehen, sehen wir die große Brücke der Linie U6. Die U6 verläuft hier als Hochbahn. 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 Südlich von der Brücke schließt sich eine Strecke mit gemauerten Bögen an. Wenn man daran entlang geht, erreicht man die Station Lengenfeldgasse. Dort kann man zwischen U4 und U6 umsteigen. Die Strecke mit dem Bögen an. Die Strecke mit dem Bögen an. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Damit sag ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal! ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020